Wer ist der denn? Mann, kein Plan. Das ist Jackie. Er hat übernatürliche Kräfte. Jackie Oaks? Ihr habt gesagt, ich bin zu klein, um selbst in den Rind zu steigen. Kaffeeleute, da bin ich nun. Findet ihr mich immer noch zu klein? Dieser Schakal ist ja wohl ultra krass. Sie haben sich deutlich genug ausgedrückt. Lassen Sie sie runter. Ab so fort bin ich nicht mehr Jackie. Ab jetzt bin ich der Schakal. Entschuldigung, verzeihen Sie bitte. Darf ich mal? Ich will mich hier noch mal ganz kurz durchquetschen. Aus dem Weg. Erst verliere ich meine beste Freundin und jetzt auch noch das Wrestling. Es ist alles aus und vorbei. Du hast deine beste Freundin nicht verloren. KP. Und keine Sorge, wir retten diesen, diesen, würdest du sagen, das ist ein Sport? Der Beste aller Zeiten. Dann nehmen wir uns den mal zur Brust. Bei Tag Team Action bin ich immer dabei. Das wird Pille Palle. Ich nehme es hier mit jedem Herausforderer auf in einem Kampf, in dem alles erlaubt ist. Hier und jetzt kommt schon. Abgefahrene Raketeneffekte, Mann. Bereit für meinen Bodyslammer, Schakal? Der Move heißt Bodyslam. Lass mich das lieber machen. Ron. Mach du ruhig doch. Versuchen Sie es doch mal ohne diesen Talisman. Versuch du doch, ihn mir abzunehmen. Du hast nur eine Chance. Versuchen Sie es doch mal ohne den Talisman. Ich habe dich, Rufus. Nein! Nein! Kinder, seien wir doch vernünftig. Jackie, du beißt ins Gras. Mann, das war echt die beste, krasseste, abgepasste Show, die ich je gesehen habe. Na, so ein Quatsch, Mann. Das mit dem Schakal war doch eine 100 pro gefakte Sache. Das mit dem R., Mann. Untertitelung des ZDF, 2020